Chibiya ist ein japanisches Restaurant. Wie es das so hier in der Gegend noch gar nicht gibt. Also es ist quasi direkt aus Japan abgeguckt. Hier gibt es normalerweise Reisgerichte, japanische Hausmannskost, ganz typische. Und manchmal haben wir spezielle Events, so wie heute, das ist Thementag. Der ist dann, wenn wir sonst geschlossen haben, sonntags. Und da gibt es dann ein ganz spezielles Menü zu verschiedenen Themen. Heute ist Osaka-Thementag. Da gibt es Takoyaki, ganz typisches Essen für Osaka. Und viele andere Sachen. So alle ein bis zwei Monate gibt es Thementage. Das ist aber unterschiedlich, je nachdem, wie viel Betrieb sonst ist. Das machen wir nach Lust und Laune, wie es uns reinpasst. Bei uns gibt es halt Essen, das man sonst nicht kennt. Also kein Sushi, auch keine Suppen, sondern Sachen, die es wahrscheinlich die meisten noch nie gegessen haben, die noch nicht in Japan waren. Die normalen Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 11.30 Uhr bis 21.00 Uhr durchgehend. Erreichen kann man uns auf unserer Homepage. www.chibia.de Oder auf Facebook auf der Chibia-Seite. Da sind immer alle Neuigkeiten direkt drauf. Ansonsten auch telefonisch, per E-Mail. Wir reagieren auf alles.